so da sind wir und weiter geht es das letzte mal haben wir wohl hier diesen boss gefunden von diesem gebiet aber ich habe mich jetzt noch mal hierhin teleportieren lassen zum lager aus hinteren bereich hier wollte ich mich auch noch mal umgucken das haben wir gar nicht alles richtig gesehen was es alles gibt hier hier kann man bestimmt runter zum beispiel hier war noch auch so ein ort der gnade ist direkt ein schrank ja komm ich gehe direkt hier runter siehst du direkt alles gelohnt ein neuer ort der gnade das ist jetzt hier lagerhaus erdgeschoss aha da ist wieder ein bekloppter ich glaube ich muss die mal alle platt machen wenn ich sie sehe was ist das denn jetzt schon wieder hier ist hier gar nix ist das der kasse oder einfach so eine ecke hallo der hat sich da versteckt ja ist klar was soll das jetzt warte die lampe kannst du hier eigentlich anlassen aber du solltest dich auch noch heilen alter feuer spüre alle ja dann warte ich du warte Okay, hier ist das nächste Mal. Hier geht es hoch, ne, warte, haben wir jetzt hier alles unten gesehen? Alter, sofort tot, was ist das denn? Das ist alles chillig, bis du ja mal kunden und auf einmal kommt sowas und dann... Oh, was? Das ist ein Aufzug. Hat er den schon benutzt? Waren wir schon mal hier? Eigentlich nicht. Ey, hier unten haben wir keinen Aufzug benutzt. Schon mal gar nicht so einen großen, ne? Aha, mein Lieblingsgegner. Schattenberg. Ist das wieder ein anderer Bereich, oder was, ne? Guck dir, ist Schaden, Mann, echt. Ja, macht mir doch Schaden. Guck dir, guck dir, guck dir, guck dir, guck dir. ... ... ... ... Schmiedestein 2, eylai. Okay, es ist ja in diesem Bereich hier, Alter. Da war der Boss. Hier ist noch dieser Bereich. Ja, okay. Irgendwie geht es ja überall noch hin. Feuerfels. Ich habe es ja gar nicht gesehen. Warte. Die können auch gefährlich werden. Die können auch gefährlich werden. Boah, fetter Bereich hier. Ja, echt. Krasser Shit. Gibt es viel zu erkunden. Unseren Baumrützer, ne? Hallo. Nicht hier auf der Brücke. Nein. Ja, klar, ey. Bist du jetzt mal fertig mit deinem Scheiß Move? Ja, ist ja gut jetzt mal echt. Fuck, Alter. Echt? Was sind die denn alle so hart? Da war noch so einer, Alter. Okay, da ist auch einer. Hier nochmal alles einsammeln. Geht es hier rein? Nein, ne? Nein. 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 Hier kann man auch nichts machen. Ha. Ihr kleinen Assis. Where are you? Wow. There is. Oh, okay. Oh, okay. Oh. So, okay. Oh, okay. hier ist ein leiter ich glaube es nicht ja wo kommst du jetzt her krass krasser shit wo geht es hier lang und runter mit hier gemälde gebiet drachen erinnert an das gemälde gebiet drachen zwerg an diesem künstlers erinnert an das gemälde gebiet drachen es heißt dieser maler habe landschaft ewig ja 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 ok hier ist ja nichts mehr dafür ist extra so eine leiter das kann ich mir nicht vorstellen bestimmt eine versteckte wand irgendwo alter was ist das denn ich gerade habe das gibt es doch nicht ich habe mir schon gedacht ich habe mir schon gedacht dass das zu wenig sein extra so ein gang eine leiter runter nix an unten für so ein bild unsichtbare wand alter krass ein saak ein saak man kann sich im sarg legen alter cool so ein altes dark souls element komm mal bestimmt in so einer neuen welt jetzt ne komm rein da was ist das shit der und geht die reise wir sind hier vorne es war ort der gnade scadu altos noch ein neuer bereich ofengesicht das ist das so ein talisman oder an der material zu hörschungen von objekten okay so groß ist es jetzt nicht hier ne ich weiß nicht ob man jetzt hier noch weiter kann ich glaube das schläft nun oder ist dort ja vor krasse ich wir machen eine pause und nächstes mal geht es hier weiter wir können das neue gebiet ist das stelle des schlosses alles klar danke und bis gleich ciao 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 Vielen Dank.